Also, ich zahle meine Gebühren, ich bin Braunschweiger, ich möchte Fernsehkritik-TV grüßen, weil sie immer sehr schön kritisch auch gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen sind und ja, es freut mich am Leben zu sein und meine Gebühren zu zahlen, die jeder andere demnächst auch zahlen muss und ja, viel Spaß der Fernsehnation noch. Ja, es geht los, alles schön festhalten, neue Reise. Großen an der Fahrer und wir starten, es geht los. Es geht los, jetzt haben wir schneller, jawohl, Tempo. Großen an der Fahrer und wir starten. Das war's für heute. Jetzt ist es los, Händsport, letzte Runde, Tempo, Tempo, vor der Kunde, in die Runde, jawohl, hock! Ich habe das, was wir? Ich fahre, dass sie an uns wieder zu sehen ist, dass sie eine Anziehung ist, nicht wahr? Ja! 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 Vielen Dank.